hey ich bin ein vollidiot ach ja und willkommen zu super mario maker 2 hallo meine lieben freunde herzlich willkommen zu einem neuen video von eurem 18-hater willkommen wie ich schon davor gesagt habe zu super mario maker 2 erstmal natürlich noch zu sagen sorry mit dem video problemen also dass ich kaum noch was machen konnte ich muss echt sagen schule und basketball ist wirklich jetzt anstrengend und dazu noch youtube nebenbei zu machen ist auch zu kompliziert ich habe jetzt nur jetzt also für dieses video die möglichkeit gehabt und gestern das training am 8.01.2020 also das basketballtraining war richtig schlimm und ich habe jetzt sogar hier drin eine wie nennt man das ne ich habe es wieder vergessen es war eine rückenbandage ja es war jetzt eine rückenbandage und die habe ich immer noch drin sogar heute beim schultag musste ich den ganzen tag es anziehen und dann habe ich noch muskelkater an den beinen es ist echt keine lüge ist man nicht vollkommen ernst weil ich habe seit zwei wochen nicht trainiert danach zum anderen thema nämlich erstmal zu mario maker 2 heute spielen wir nämlich das vernetzte spiel also wir spielen gegen andere spieler und schauen mal wie scheiße wir sind nein wie scheiße ich bin ich bin ja der bekloppte hier möchte ich schon mal hin draufweisen ich habe ja auch schon in draufweisen ja was habe ich gesagt sprachen lernen also ich möchte halt darauf hinweisen dass ich auch natürlich level gemacht habe die stehen alle in der video beschreibung genauso wie mein switch freundes code und ich sage schon mal einer nämlich den zeige ich euch kurz so ich habe hier hochgeladen level davon insgesamt 45 und das hier water up and down xp das ist das schlimmste weil man sieht es keiner hat ein herz gegeben weil es auch niemand geschafft hat so auf einer skala von 1 bis 10 ist das code das ist halt das einzige und ich war der einzige das natürlich geschafft hat von diesem level weil ich hier sehr hoch geladen konnte weil ich sag mal so einige tricks sind drin die müsst ihr also ihr müsst halt fast das ganze level durchsuchen aber trotzdem vorsichtig damit sein das hat leicht assi ihr werdet natürlich ausrasten also ihr könnt gerne ein video machen in dem also mein level spielt und gerne ist mein ding auf youtube instagram oder sonst hochladen oder mir schicken meinetwegen also auf instagram könntest man einfach mehr gerne schicken kein problem und und ja also wenn ich die erlaubnis habe würde ich dann vielleicht bis auf youtube zeigen demnächst naja egal das ist auf jeden fall das artigste level alle codes stehen in der video beschreibung nun fangen wir aber an ich bin natürlich gegeneinander ich bin gerade rang b habe jetzt schauen wir mal wie scheiße ich denn jetzt bin wir haben gegner jetzt gefunden das sind jetzt meine gegner auch alle rang b und der eine ganz links hat anscheinend was bekannt are you feeling it now mr krabs was okay ich kenne das level nicht aber wegen mr krabs halt mal sehen also fängt ja schon mal sehr gut an ist war jetzt ist leicht flüssig also es ist ganz leicht flüssig geht noch geht noch einigermaßen hey der hat mich wirklich dahin geworfen oder nein 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 hmmm hahaha das fängt ja schon gut an ich kann mich nicht bewegen hahaha der ist raus ist er nur weil er kein internet hatte na gut ich habe O2 das ist noch viel schlimmer wo ist eigentlich die andere Tür ich dachte da wäre vielleicht ein boden ah gut der ist nochmal dorthin gefallen aber wo ist dann Mario ach so ähm ich verbinde mich immer auf mein handy mit dem internet raus ja ich zeig schon an dass das internet kacke ist wie immer ich finde scheißegal jetzt ich geh weiter so na 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 wenigstens kriegt man hier eine mario ist da hinten das heißt es wird hier wahrscheinlich eine tür noch geben oder wahrscheinlich eine röhre kann das mal aufhören hier zu legen ja natürlich nicht das spiel okay das sind der ist schon wieder frost valley wer ist das super mario super mario 3d ja 3d nein du kleiner hahaha das passiert immer deswegen dürft ihr eigentlich nicht tragen ich wollte ach ich mach lieber speedrun nein ich bin so ein arschloch es es bei der nächsten berührung bin ich futsch ja gut dann hier was ist es nicht nein der hat die roten münchen die roten münchen okay es war wenigstens nicht der andere ich hasse dich wieso treffe ich mich immer wieder mit den ähm gewinnern wieder aufeinander wieso egal na ich bin es mal auch weil ich doch allgemein riesig bin jetzt will ich bin 1,90 dabei bin ich 16 verschwinde du kleiner keck oh du du mieser drei nein ich bin so dumm natürlich gibt es noch hoffen natürlich gibt es noch hoffen nein vor allem der schon wieder was guck ihr mich so an die die sind wir eigentlich nicht gerandert ne nein n 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 hier muss ich anscheinend hin das heißt jetzt gehe ich raus und ich glaube luigi schafft das ziel weil er ist zurzeit sehr weib ich muss das doch LOL STOP das ist einfach echt unfair ich schwör das einfach unfair ERNSTO BISSE SICHER so nächste runde luigi speedrun das ist aber nicht luigi DAS HONT, NICHT! ich bin auf gar keinen fall jetzt mal gut gelaunt ja ich kann mich heute in dem video aufheiter meine das ist so ein arschloch schnell 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 NICHT! 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 KLEINEN PUSSER! Karma, du! Was denk ich mir eigentlich? Was ist aus meinem Leben geworden? Okay, Mario ist raus. Nur noch ich und Toad! Nein! Nein! Oh! Ich bin so gemein! Ja! Komm schon! Weiter! Jetzt hab ich denen auch noch geholfen! Hä? Ich kam für den, weil ich ihn doch da vorne weggeschutzt habe. Ja! Ja! Das ist nicht euer Ernst jetzt! Ich hab's noch einen Longjob-Taste gedrückt, aber... Wie Domtendo immer sagt... Longjob, du voll Idiot! Shit! Jetzt hab ich den Controller wirklich fallen lassen! Double Rainbow! Das war jetzt knapp, Leute! Das war jetzt knapp, Leute! Nein! Nein! Oh! 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 Warte! Kann ich nicht? Ja! Ich kann hier raus! Ja! Ja! Nicht vergessen, abonniert meinen Kanal und like dieses Video! Scheiße! Wieso hab ich dir geholfen? Yeah! Ja! 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 Du mach's auf! Nicht ich! ja die ziellinie tja leute das war es dann auch mit dem video ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja das daumen nach oben da wie ich davor erwähnt habe wenn euch mein kanal gefällt dann abonniert ihn gerne könnt auch meinen zweiten kanal abonnieren falls irgendwann wieder attv läuft natürlich das beste format auf meinen anderen channel natürlich das natürlich ein fragen antworten programm ist in der video beschreibung falls ihr mal mit mir zocken wollt oder wenn keine ahnung ich vielleicht mal irgendwann ein live stream machen sollte oder sonst was instagram steht auch unten dann könnt ihr auch mich auf instagram folgen und natürlich denen auch meine fünf level oder wenn noch welche dazu kommen noch zur verfügung und die könnt ihr auch gerne ausprobieren bewerten feedback da lassen und wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten video bis dann leute ja